Haben wir doch jetzt eigentlich wahnsinnig gute Tage im Norden gebracht. Hat er gehockt. Ihr habt gehockt. Ihr habt ja alles komplett voll. Ihr habt die ganzen Workshops gut gemacht. Alles was hier für Grüne passiert ist. Außer PCM. Wie der Antikorpsi gesagt, macht mit Leute. Und ich bin eigentlich gar nicht so viel Wolle verlierer. Also die ganzen Helfer und die ganze Orga hat ja super viel Spaß gemacht mit euch. Wenn ihr auch... Wenn ihr euch mal ein paar Bereiche gibt, die vielleicht jetzt ganz gut laufen. Das ist ja auch keine Vollprobe. Das ist ja auch alle Fans. Also es ist ja herrlich so wie bei vielen großen Conventions. Dass es in der Firma ist, die da hintersteht und das alles aufzunehmen. Denn hier sind Fans genauso wie ihr. Nur wenn sie umhören. Sie sind ja auch alle Fans. Ja, lasst uns Gedanken machen. Was wir euch spielen, damit ihr zufrieden seid. Und drei Leute haben jetzt im Vorfeld und jetzt während dieser Convention ganz viel Arbeit geleistet. Die haben uns ganz doll unterstützt. Und zwar in ganz toller Weise. Und das ist zum einen die Naraku. Nur mal kurz auf die Seite. Wir können sehen, wir sind in einer Postel-Kostel-Workshop. Sie macht immer einen ganz tollen Postel-Workshop. Moderiert auch abends mit mir. Und die ganze schöne Liste, die ganzen Bäumchen, die ganzen Fähnchen draus. Das habt ihr alle mit ihren Freundinnen in Eigenarbeit zu Hause stundelang gemacht. Auch alles ehrenamtlich für euch. Damit wir einfach hier ein bisschen mehr Hanna liefern haben. Und ich finde es einen Applaus wert. Ich hab's dann mal am Tor dabei. Und Chilai, hier Chef. Es gibt natürlich auch was Leines für euch. Was Süßes für die Süße. Werbwerbwerb. Und zum Runterspiegel, was hängt es aus. Werbwerbwerbwerb. Super. Super. Und jetzt geht's auf. So. Bei allem haben wir hier noch eine ganz unheimlich wichtig für uns ist. Mit ihrem Freund zusammen. Man hat die Internetseite gestaltet. Das Programmfest. Die ganzen Zeiten-Workshops. Also sie ist schon seit Anfang an beim Orgatina war. Und hat sich zum Jahr im Jahr immer mehr reingeknogen. Dieses Jahr hat sie es richtig stark als Rache Lasse. Und das ist uns, Patrina. Applaus bitte. Die machen alles in ihrer Freizeit. Und ja. Es ist echt super toll. Und dann gibt's einen Mann, der ist ganz wichtig, damit die Musik nicht zusammenbricht. dass alles ordentlich gesichert ist. Da macht sich unheimlich viel Gedanken, damit ihr auch hier eine Sicherung von Menschen habt. Und es ist unser Harry, unser Security-Oberhäufling. Er macht nach der Hand, das aber zu scheiße kam, oder? Nein, euch vielen, vielen Dank von uns ganzen Helfer, von der Aura, von allen, die bei dem Projekt Hanami überhaupt mit involviert sind. Ohne euch würden es funktionieren, man braucht solche guten Helfer, die auch wirklich den Kopf anstrengen und vor allem für ein Wochenende. Dann seht ihr euch vor Ort, wünscht ihr euch super viel Arbeit, es ist ganz einfach anstrengend und ihr habt euch wieder super gemacht. Dankeschön. Und wir haben auch noch ein paar Tage. So, wenn wir Herrn Reutmann dann wieder aufgeräumt haben, die nächste Tage für uns sind die Vorbereitung für die Hanami-Sakas und Elfloh. Ich hoffe, ihr kommt dann auch wieder, wir gucken natürlich, dass wir verschiedene Sachen verbessern, also anregen wir uns, einfach mal eine E-Mail schicken oder so, wir nehmen die Sachen gern auf. Und das hat eigentlich noch viel zu sagen, das hat ja super viel Spaß gemacht mit euch und wer war denn bei der Eröffnungsrede für euch dabei? Und machen wir seit jetzt, ja? Ja, genau, also wir tanzen jetzt ein wenig, deswegen müssen alle mal aufstehen. Ja, aber da haben wir nicht noch viel Spaß in der Heimwege. So, wir fangen mal an, also der erste Move, pieken. Nein. So, und dann sind andere halt die Piepen. Und dann ist das ein, zwei, drei, vier. Das ist der erste Fall. Nochmal, langsam, langsam. Eins, zwei, drei, vier. So, ganz einfach so schwer und weitergehen. Peitschen, 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 peitschen. Stellt euch vor, was ihr wollt. So, vielleicht hat man es noch richtig, weil wir die Nachbarn kommen. Na, weitergehen. Und immer schön peitschen. Und von mir sind es vorne an, wir sind kicken. Hoch, hoch. Eins, zwei, drei, vier. Peitschen, 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 peitschen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt kommt der dritte Teil. Der dritte Teil. Wir wirbeln, unsere Arme ganz unkompuliert. Wirbeln, 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 wirbeln. Und dann machen wir vorne. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Peitschen, 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 peitschen. Wirbeln, 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 wirbeln. Und wirbeln, 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 wirbeln. Die großen, wirbeln. So, jetzt kommt noch ein Teil. Knutschel erhinten. Die Lärmste Friede. Ich bin ganz von Ihnen. Und ich bin ganz von Ihnen. Ich bin ganz von Ihnen. Die Kostanke für alles, was wir jetzt aber geleistet haben. Frau Weißgasse, Haro, ihr seid Spülter. Auch die ganzen Security-Helfer, die keine Minute erstellen. Die ganzen Nacht auf den Ballen und gucken, dass alles klar und funktioniert. Dann werden alle schroff, denken Sie ja, gleich gesteckt. Und wacke. Gut, wacke, gut, wacke. Ähm, ja, wer mal so Bock hat, mal zu gucken, wie es so hinter der Kulisse ausgeht. Wir suchen immer Helfer. Es ist zwar harte Arbeit, aber nach was Lust ist das immer während der Convention. Aber danach denkt man sich, das war ja schon geil, ne? Also, wenn wir jetzt Helfer aufmachen, macht doch mal mit. Unterstützt uns. Wir brauchen immer junge Leute, die sich einbringen wollen, die engagiert sind, die Ideen haben. Wir können viele Sachen verbessern. Danke, Mannami. Danke, Helfer. Danke, Japan. Danke, Besucher. Danke, alle. Ja, wenn da. Ähm, ich würde mal einen riesen Dank auch an Koli und Amiri, die waren die Tänze zu organisieren. Ein, zwei, drei Spiele. Und als Helfer immer auch sagen, wir brauchen wir, wenn ich machen soll. Und alte Mann, dass ich mich jetzt auch so riesen Applaus wert, dass sie sich hier immer so viel Mühe geben. Ja, aber ich bin jetzt gleich so in der Katschkau. Ja, ich bin jetzt gleich so in der Katschkau. Ja, ich bin jetzt gleich so in der Katschkau. Ja, ich bin jetzt gleich so in der Katschkau. Ja, ich bin jetzt gleich so in der Katschkau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020